So, hallo, hier sind Andi und Gina on Tour. Ja, wir grüßen euch recht herzlich in der schönen Vorweihnachtszeit. Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. Und wir haben jetzt unseren Knut etwas dekoriert. Also nicht nur uns selber, sondern auch Knut. Und ja, wir freuen uns auf unsere erste Tour. Und die wird uns führen nach Hünfeld. Genau, da ist Premiere von Caravanian. Das ist Premiere von Caravanian. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann kommt mal rüber zu KemperTobi oder direkt zu caravanian.de. Ja, und ansonsten? Ja, also wie gesagt, schöne Vorweihnachtszeit. Und wir werden berichten. Genau, und vielleicht sieht man ja den ein oder anderen in Hünfeld. Es geht los ab dem 23.12. Und ja, und vielleicht können wir ja da gemeinsam Heiligabend dort feiern. Ja, und da ist vielleicht noch zu zu sagen, dass es keine Voranmeldung notwendig ist. Kommt einfach vorbei. Der Platz ist riesengroß. Und ja, wir freuen uns. Wir sind schon ganz gespannt. Ja, wir freuen uns. Überhaupt auf ein Wiedersehen mit KemperTobi. Ja, eigentlich auch bei den anderen. Und vielen anderen. Ja, das war's. Macht's gut. Nachbarn. Hahahaha, ja, ja. Hahahaha, ja, ja. gives mir einen Eing � 루� fridge. Vielen Dank.